... Gar nicht so einfach. ... ... ... ... ... ... ... ... Hier sind die Kolonarisch auf zwei und dahinter ist ein Trio, das noch nicht einzig geworden ist über die weitere Platzierung. Es ist hier unheimlich spannend, aber vor uns der Abstand zum Führer sind doch eigentlich schon relativ groß angewachsen nach der ersten Runde. Oh, so schön! Ich weiß nicht, wie ich noch nicht. Einmal mal herzen. 26. 4027. 43. 44. 45. 45. 49. 47. 48. 50. 40. 40. 50. 41. 41. 55. 42. Raus in euch! Geht doch was, meine! Und der Final-Sieg steht fest, Christoph Ettenmann vor Hohensch.